Guten Abend, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Dienstag. Ja, heute ist wieder ein bisschen später, weil die letzten beiden Tage, muss ich dazu sagen, deswegen bin ich auch ein bisschen jetzt kurz angebunden im Messenger bei Facebook und bei VK. Man kann da nicht ewig rum hin und her schreiben, weil ich bin momentan wieder so in der Putzzeit. Die ersten Stücke habe ich schon geschafft, die letzten beiden Tage. Aber heute war ich einkaufen und deswegen ist es wieder etwas später geworden. Heute werde ich nur so ein bisschen Papiere sortieren, weil ich bin schon wieder ziemlich... Da muss ich mich, da kann ich nicht noch anfangen mit Putzen. Die nächsten Ecken, die kommen dann ab morgen wieder dran. Ja, das nur dazu, falls jemand sich vielleicht gewundert hat, dass ich manchmal recht schroff dann irgendein Gespräch beendet habe. Da habe ich gesagt, Leute, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss weitermachen. Weil ich dadurch jeden Tag ein, zwei Stunden hier verliere. Zuletzt habe ich dann halt immer das Video vorher gemacht und habe dann schon hochgeladen, wer ich geputzt habe. Beim Einkaufen bringt das nicht so viel, weil ich es dann sowieso nicht freigeben kann, wenn ich dann noch unterwegs bin. Deswegen mache ich das Video erst heute. Das nur so kurz zur Erklärung, in eigener Sache, um zu wissen, wie die momentane Situation ist. Das wird man so, weil ich das Stück für Stück noch machen kann. Ich schaffe nicht mehr die ganze Bude mit einmal noch so anderthalb Wochen dauern, bis ich mit allem durch bin, weil diesmal wirklich wie in der Ecke gemacht wird. Nur, dass man da ein bisschen Bescheid weiß in eigener Sache. Heute kommen wir zur 369. Stunde zur Weltgeschichte und damit der 887. Geschichtsstunde insgesamt. Bevor wir da kommen, natürlich wieder erstmal zu was zu aktuellen Themen und noch vorher vielleicht noch was zu meiner kleinen Anekdote, beziehungsweise wo ich jetzt unterwegs war beim Einkaufen, weil heute habe ich das erste Mal so ein paar Polizisten und Ordnungshüter vom Ordnungsamt durch die Gegend stolzieren sehen und Leute kontrollieren und irgendwas, was sie sich gemacht haben, standen da vor dem einen Geschäft davor und dann haben sie in einer Ecke irgendwie sich da mit einem beschäftigt. Ich weiß jetzt nicht, was da war. Auf jeden Fall, ich konnte es mir da nicht nehmen lassen, aber ich sage, es macht uns wunderbar. Ihr setzt alles, muss ich euch gratulieren, ihr setzt alles wunderbar durch. Aber wisst ihr auch, ihr werdet wahrscheinlich die ersten Versuchskaninchen für den Impfstoff sein. Und dann müsst ihr selber mit euch klarkommen, warum ihr dieses Verbrechen, ein Verbrechen habe ich da nicht gesagt, aber gut, ich habe gesagt, müsst ihr selber wissen, ich gratuliere euch, ihr seid die ersten Versuchskaninchen. Ihr werdet der Ersten sein, an denen sie den Impfstoff mit ausprobieren werden. Das habt ihr dann geschafft. Ich habe erst gedacht, jetzt kommt jetzt irgendeine Reaktion und sie wollen Ausweis sehen oder was weiß ich, gelernte Sachen. Aber gar nichts, gar nichts. Vielleicht werden doch manche langsam wundern und überlegen sich, was sie eigentlich hier gerade im Moment tun und durchsetzen. Und da kann ich auch nur an die Polizisten appellieren, die da morgen wieder aufgefahren werden, mit Sicherheit in Berlin. Selbst wenn ihr keine Kinder habt oder so, ihr habt ihr eigenes Leben, werdet mal munter und denkt drüber nach, was man auch mit euch machen wird, wenn das alles durchgesetzt wird, was da beschlossen werden soll. Also noch seid ihr die großen Chefs, so ungefähr. Aber was ist eine scheiß Beamtenbesoldung und ein Beamtenjob gegen das Leben. Weil hier geht es nicht mehr um Pipifax, hier geht es auch nicht mehr darum, ob irgendjemand pleite geht oder nicht. Hier geht es schlicht und einfach nur noch darum, um unser zukünftiges Leben. Ob wir das uns durch eine direkt oder indirekt aufgezwungene Impfung versauen lassen, indem da mit uns Versuche gemacht werden, mit irgendwas, wo noch gar keiner weiß, was da rauskommt, und wir dann vielleicht ein Leben lang mit Krankheiten rumlaufen, die wir nie gehabt hätten, wenn man uns nicht eingeredet hätte, wir müssten uns wegen 0,3 Prozent, die positiv durch einen PCR-Test getestet worden sind, impfen lassen. Nur das so als Hinweis an die Polizisten. Und jetzt kommen wir zu dem, was wir heute sagen. Vielleicht ist da schon einiges oder andere schon jetzt dadurch mit abgearbeitet. Ja, da haben wir 101 Übersichten, natürlich über alles Corona-Pandemie. Kritik an Ergebnissen der Gespräche von Bund und Ländern. Ja, meistens ist aber die Kritik, wenn man da hingeht, es ist nicht scharf genug, es muss noch schärfer werden. Ja, ihr werdet noch sehen, wo ihr damit hinkommt. Wie gesagt, gerade die, die das durchsetzen, weil sie ja mit Leuten zu tun haben, und einsatzfähig sein sollen müssen, werden wohl wahrscheinlich als Erste als Versuchsganinchen benutzt werden, um mal zu schauen, was aus dem Impfstoff wird. Erkrankte Richterin reicht Klage gegen Triage ein. Aha, jetzt geht es wieder los. Das habe ich schon mitbekommen, heute Mittag. Es waren sich schon wieder Angst den Leuten davor, dass ab gewissem Alter Leute dann nicht mehr behandelt werden und dies und jenes. Es geht wieder genauso los wie im März, wo man den Leuten Angst davor gemacht hat. Oh, er kommt vielleicht dann in dieses Krankenhaus und er wird nicht mehr behandelt, weil er zu alt seid oder irgendwie aus anderen Gründen nicht so wichtig. Ja, ja, diese ganze Geschichte kocht jetzt wieder hoch. Die wird jetzt wieder gemacht, um den Leuten Angst zu machen. Aber die Angst ist bei mir vorbei, weil mit euch gibt es kein Leben mehr. Mit euch da oben, ihr Verbrecher, ihr seid keine Politiker, ihr seid keine Bundesregierung, ihr seid einfach nur eine Verbrecherbande, die einfach weg muss, weg muss. Gesetzentwurf von Spahn zu Krankschreibung per Videosprechstunde. Wunderbar, wunderbar. Wir untersuchen uns selber und sagen dann dem Arzt, was wir haben. Lockdown in Österreich hat begonnen, fast alle Geschäfte zu. Wie gesagt, dass die Geschäfte zu sind und dass Leute pleite gehen, alles stimmt. Auch wie schlimmer ist, dass dieser Herr Kurz mit seiner Bagage euch ja für euer ganzes Leben lang zeichnen will. Nur damit die Pharmaindustrie und die ganzen Lobbyisten, die hinter diesem Herrn Kurz stehen und ihn dahin gebracht haben, wo er jetzt sind, ist, richtig viel Kohle machen. Und wie gesagt, es geht nicht mehr darum, ob hier irgendjemand pleite geht, ob eine Währung verfällt oder irgendwas. Alles Nebensächliches geht um unser Leben. Alles anderes nehme ich ohne eine richtige Gesundheit. Und da könnt ihr mir glauben, ich kann davon selber auch ein guter Lied singen, mit dem, was ich alles habe. Ohne Gesundheit ist das nur halb so viel wert. Und wenn das kommt, diese Impfung, und dann die Schäden auftreten, die unter Umständen auftreten werden, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ist egal, ob ihr noch einen Job habt oder ob viel oder wenig Geld. Ist dann alles Nebensächlich. Ja, grünes Gewölbe in Dresden, drei Tatverdächtige war Kunstdiebstahl festgenommen. Natürlich hat wieder gesagt, deutsche Staatsangehörige wären das. Na, das sagt uns schon wieder alles. Sind also wieder Deutsche, in Anführungszeichen, die man einen Pass gegeben hat. Wahrscheinlich irgendwelche Clanbrüder aus dem Libanon oder sonst woher. Sicherheitspolitik EU laut Verteidigungsministerin Kramp-Karren war abhängig von USA. Das sind Verteidigungsminister. Die verkünden, wir können nicht selber für unsere Sicherheit sorgen. Wir sind abhängig. Leute, wie lange wollt ihr euch noch von solchen Intelligenzbestien, in Anführungszeichen, regieren lassen, die nichts im Kopf haben? Das Einzige, was ihre einzige Qualifikation ist, dass sie skrupellos sind, machtgeil und über Leichen gehen, wenn es darum geht, ihre Macht zu halten. Das sind ihre einzigen Qualifikationen, auf die sie wahrscheinlich getestet worden sind. Wer ist am skrupellosesten, da kommt am weitesten hoch. Kopf, was im Hirn, musst du nicht haben. Im Gegenteil, das schadet noch. Das könnte dazu führen, dass du irgendwann selber nachdenkst, anfängst nachzudenken. Automobilstandort Deutschland. Merkel berät mit Autoindustrie und anderen über Branchenimpuls. Ich habe es gesehen, nur noch alles selbstfahrende Autos, alles Mögliche. Wir werden sich noch wundern, der Automobilstandort, wenn das so weitergeht, wenn nicht langsam eine Kehrtwende kommt, war einmal der Automobilstandort Deutschland. Das garantiere ich. Und ich hatte bis jetzt mit allem Recht, was ich gesagt habe. EU-Haushalt, Bundesregierung fordert Polen und Ungarn zur Aufgabe von Blockade auf. Ich würde Ihnen was scheißen. Die sollen schön blockieren. Dann tun sie uns zumindest schon mal mit, was gut ist. Da wäre nämlich nicht an Herrn Macron und Herrn Sanchez, damit die gnadenlos ihre Wirtschaft kaputt machen können, Gelder gezahlt, damit sie ihre, ihr Verbrechen gegen die Franzosen und Spanier weiter durchziehen können. Deswegen können die ja das so großzügig machen und alles platt machen, weil sie ja wissen oder denken, zu wissen, dass sie hunderte Milliarden, wie waren es, 140 Milliarden, soll der Sanchez kriegen, von vor allen Dingen Deutschland bekommen. Nicht nur Deutschland, aber vor allen Dingen Deutschland. Und behaupten wir mal schön stur, Herr Orban und wie jetzt der Pole heißt, fällt mir jetzt nicht ein, Kaczynski oder was, ich weiß es jetzt nicht. Ja, Afghanistan und Irak, Präsident Trump will laut Medien Abzug von US-Soldaten vorantreiben. Ja, das war ein Präsident, der versucht hat, keine Kriege anzufangen. Alle freuen sich schon auf Biden und dann wird es in jeder Ecke wieder knallen. Ja, und dann wird wieder gesagt, wir müssen die Flüchtlinge aufnehmen, ne? Ha, ha, ha. Ja, deswegen kommt Merkel so gut mit Biden zurecht. Passt genau in ihren Plan, Deutschland durch Zuwanderung kaputt zu machen und durch Impfung und alles Mögliche. Äthiopien, UNHCR waren vor humanitärer Krise in Region Tigray. Ja, früher hätte es mich mal interessiert, aber die sollen selber klarkommen mit dem, was sie sich selber eingebrockt haben, denn ihre Kriege führen nicht wir, die kriegen sie selber. Hurricane Iota, Sturm trifft mit bis zu zweitens Bricks-Staaten, Videokipfeltreffen zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit, überall Globalisierung, Globalisierung, dass der Mensch nichts mehr wert ist, weil je mehr die Welt globalisiert ist, umso weniger zählt das einzelne Individuum, weil man kann es schneller austauschen. Ja, und jetzt kommen wir zu den lustigen Zahlen, auch schon gesehen, ich bin glaube ich ein bisschen runtergegangen, aber das ist ja das, was ich angekündigt habe. Jetzt hat man Maßnahmen ergriffen, dass nicht mehr so viel getestet wird, deswegen gehen die Zahlen natürlich runter. Und dann lässt man schon mal so ein paar Aufhalte liegen, damit dann rechtzeitig gesagt werden kann, Leute, Leute, jetzt geht es wieder hoch, weil wir euch nicht nur mit zwei Leuten am Preffen lassen, sondern mit dreien. Ja, 14.416 sind es heute, die man positiv getestet hat, nicht infiziert sind, wie es uns immer beigebracht wird, und wie drüber steht, Infektionen sind positiv getestet, das ist uns nichts. Minus 267, die angeblich mit oder durch Covid-19 verstorben sind, ich bin mir sicher, wenn man es genau reduzieren würde, würde kaum noch einmal übrig bleiben, der wirklich originär daran verstorben ist, aber momentan verdienen ja Krankenhäuser, Pflege, Pflege, Pflegeheime und so weiter, Pflegefirmen, viel Geld daran, wenn sie alles Mögliche zu Covid-19 machen. Minus 15.000, an normalen sterblichen, verstorbenen verdient man kein Geld, 15.000 genesen, und damit haben wir heute ein Saldo von minus 851, wir haben jetzt also kumulativ seit 28. Januar 2020, 815.746 positiv getestete, also nicht wirklich infizierte, sondern nur positiv getestete, großer Teil davon hatte nicht mal Symptome, minus 12.814 angeblich daran Verstorbene, mit oder durch Covid-19, wie man immer so schön sagt, aber da fällt es sich mit Sicherheit genauso, wie mit den positiv getesteten, und minus 530.200 Genesene, und damit sind wir jetzt, jetzt habe ich Öff-On gemacht, Mist, muss ich nochmal eingeben, 815.746, ich muss nochmal rein, ich habe nichts verändert, minus 12.814, minus 530.200, jetzt mal so richtig mit Ist gleich, 272.732 positiv, aktiv positiv getestete, nicht infizierte, sondern wirklich nur positiv getestete, aber bei 83.166.771 Einwohnern in diesem Lande, sind das gar, jetzt habe ich es wieder gemacht, Mist, irgendwie bin ich heute nicht so gut drauf, mit den Titten, ich gebe es nochmal ein, minus 12.814, also ich verändere nichts, aber wir kommen wieder auf diese 0,X Prozent, Minus 12.814, Minus 530.200, so sagen wir, durch die 272.732, geteilt durch 83.166, 971, jetzt nicht, auf Hohen drücken, sondern auf Prozent, 0,3279 Prozent, also buchhalterisch abgerundet, 0,3 Prozent, 0,99, 90,7 Prozent haben also rein gar nichts, nicht mal eine positive Testung, obwohl sie symptomlos sind. Ja gut, das soll es gewesen sein, das ist ein glattere Tatsch, schauen wir mal, was morgen da in Berlin abgeht, und ich kann nur an die Berliner Polizisten denken, denkt nicht mehr an euren Beamten, und ob euch vielleicht irgendeiner anschwärzt, den sie da von Heldenwangs Truppe drunter geschleust haben, oder irgendwas, ich würde mal sagen, scheißt auf euren Job, guckt lieber danach, was euer zukünftiges Leben bringen wird, und ihr seid ja wie gesagt die Ersten, die man wahrscheinlich mit vorgesehen hat, die diese tolle Impfe bekommen, und dann müsst ihr selber damit klarkommen, und euch selber die Frage stellen, was habe ich da getan, ja, weiter geht's, und heute habe ich euch schon angekündigt, wird es vielleicht nicht ganz so lange, weil wir ja nur sechs Seiten haben, nochmal Rückblick auf gestern, da hatten wir den 16. Februar, 1486, Kronprinz Maximilian I. wird König, ich füge hinzu, vom Heiligen Römischen Reich, deutscher Nation, dann hatten wir 1487, der in Anführungszeichen, Hexenhammer, Anführungszeichen Ende sozusagen, so ein Werk, wie es sich heute an Herrn Lauterbach, und Co, und Was, und Co, und alles, vorstellt, oder teilweise schon, ja in Kraft ist, so eine Richtlinie, wer ist ein böser Ketzer, wie gehen wir mit ihm um, wie bringen wir die Leute dazu, dass er sich gegenseitig denunzieren, und so weiter, also der Hexenhammer lebt, bloß unter anderem Namen, er nennt sich zum Beispiel Infektionsschutzgesetz, oder, oder, zum Beispiel, da, wie wir das, wüsste, DSUG, dieses komische Schnüffelgesetz im Internet, und, 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 gibt es schon jetzt mächtig viele Hexenhammer, ja, Fokus, Europa im Hexenwahn, fanatische Inquisitoren, hetzen das Volk auf, heute sind das solche Leute wie der Bundespräsident, ne, der dann immer sagt, gucken Sie genau hin, mit wem Sie demonstrieren, und all solche Sachen, solche Hetzaufrufe, gegen Leute, die nicht so wollen, wie der Herr Bundespräsident, oder der Frau Merkel, oder der Herr Söder, das sind heute, das sind heute die Inquisitoren, die das Volk aufhetzen, und nicht die, gegen die angeblich Gesetze gemacht werden, gegen Hass und Hetze, das sind nämlich genau die, die die Gesetze machen, sind die, die die Hetzer sind. Weiter geht es, 1489, Anbetung, der in Anführungszeichen Pestheiligen, in Anführungszeichen Ende, das war der Rochus und der Sebastian, heute ist es dann wahrscheinlich der Herr Spahn, ha, 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 es gibt so Blöde, die beten den gleich noch an und erklären zum Heiligen. 1490, Wettkämpfe der Bugenschützen, das war in Konstantinopel, wo man sogar weiten, bis 870 Meter erreichte, 1490, Maximilian I. erobert Wien zurück, ich füge hinzu, von den Ungarn nach dem Tode des ungarischen Königs Matthias Korvinus und dann hatten wir noch 1490 Christenpilger nach Altötting, wegen dieser allseits sicherlich vielen bekannten schwarzen Madonna und 1491 das Lehrbuch der Medizin, das Fasiculus Medizinae und jetzt geht es mit den letzten sechs Seiten dieses Bandes weiter. 1491, Anna heiratet Karl VIII. Unter dem militärischen Druck ihrer Konkurrentin Anna von Bourgeux heiratet die bretonische Herzogin Anna in L'Angis an der Loire den französischen König Karl VIII. Anna de Bretagne am 25. Januar 1477 in Nort geboren, war das einzige Kind von Herzog Franz II. der Bretagne und seiner zweiten Gemahlin Margarete von Foix oder Foix geschrieben F-O-I-X wie Foix bloß mit der I noch drin Foix Somit war in Anführungszeichen die kleine Königin Ende wie Anna auch genannt wurde die Erbin des damals noch selbstständigen Herzogtums Bretagne 1486 erklärten die bretonischen Landstände sie offiziell zur Erbin des Herzogtums jetzt muss ich mal ganz kurz rechnen 1477 1491 da war das Mädel gerade mal 14 Jahre alt zwei Jahre später trat Anna ihr Erbe an und bemühte sich ihr Land aus der französischen Oberherrschaft zu befreien Bündnisse mit Gegnern Frankreichs sollten die Unabhängigkeit des Herzogtums im Westen sichern doch ihre Gegenspielerin Anna von Buge die Tochter des französischen Königs Ludwig XI suchte dies zu verhindern Buge geschrieben B-E-A-U wie Biu und dann oder Bujo Bu Bu Buge Biu wie auf Englisch Bu B-E-A-U und dann J-E-U Buge Seit der Thronbesteigung ihres minderjährigen Bruders Caen dem 8. 1483 übte sie die Regierungsgeschäfte des Landes aus Ihr Ziel war die Stützung der königlichen Macht und die Begrenzung der fürstlichen Autonomie Bestrebungen besonders in der Bretagne Als die dortige Herzogin Anna sich im Dezember 1490 in Anführungszeichen per Prokuram Ende mit dem Habsburger König Maximilian einem 31-jährigen Witwer Trauen ließ sah Prinzessin Anna den französischen Thron bedroht Handstreichartig glückte es ihr die noch nicht vollzogene Ehe vom Papst annullieren zu lassen Könnt ja fast so wie Merkel gewesen sein so ein Typ ne Außerdem ließ sie die Britannia angreifen deren Verteidiger ohne die erwartete Unterstützung Maximilians bald unterlagen Um ihrem Land weitere Leiden zu ersparen beugt sich Anna der Britannia dem Drängen ihrer Konkurrentin und ehelicht Karl den achten Damit fällt die Britannia de facto an die französische Krone Deutsche Unterstützer König Maximilians protestieren gegen die Heirat mit dem französischen Monarchen und sprechen von in Anführungszeichen Brautraub Anführungszeichen Ende Punkt Anna hat mit ihrem Gemahl drei Söhne und eine Tochter die aber alle schon als Kleinginder sterben Als auch Karl der achte im Jahre 1498 stirbt heiratet Anna den neuen König Ludwig den Zwölften aus dem Hause Orléans und nimmt auf dessen Politik wesentlichen Einfluss Ihrem zweiten Gatten gewährt sie fünf Kinder von denen jedoch nur zwei Mädchen das Erwachsenenalter erreichen Anna der Bretagne wird als klein und leicht hinkend beschrieben trotzdem soll sie außergewöhnlich schön und mit majestätischer Würde aufgetreten sein Ihre Bildung trug dazu bei dass sie bildende Künste und Dichter nach Kräften förderte und an den Hof einlud Dann noch zwei Bilder der minderjährige Karl der achte im Krönungsornat auf dem Thron links seine Schwester Anna von Buseux die für ihn die Regentschaft führt und ihr mal Pierre von Bourbon in Klammern zeitgenössische französische Buchwahlerei Klammer zu die Bourbonen die sich ja dann so Richtung Schweden auch hoch gemacht haben später da haben also im Krönungsornat muss man gucken bis Da ist die Schrift noch. Deswegen. Ja, und weiter geht's. Noch ein zweites Bild. Früh neuzeitliche Darstellung von Anna de Bretagne. Herzogin und Gemahlin von König Ludwig XII. von Frankreich und ihrem Kind der Prinzessin Claude de France. In Klammern spätes 15. Jahrhundert. Ist ganz drauf, ja. Und weiter geht's mit dem Jahre 1491. Friede in Kilikien. Nach sechsjährigen, immer wieder aufflammenden Kämpfen um Kilikien besiegen die Mameluken die Osmanen. Die Region im östlichen Kleinasien ist strategisch bedeutend, da sie den Zugang zu Syrien sichert. In Klammern in Anführungszeichen kilikische Pforte, Anführungszeichen Ende, Klammer zu. Osmanen Sultan Bar-Jezid konzentriert seine Expansionspläne daraufhin, gehen Norden nach Serbien, Ungarn und Kärnten. Und dann haben wir 1492, Machtvakuum in Florenz. Der universell gebildete Stadtherr von Florenz, Lorenzo de Medici, in Klammern in Anführungszeichen, der prächtige, zu Deutsch, Anführungszeichen Ende, Klammer zu, stirbt. Unter Lorenzos Herrschaft wurde die Stadt politisch und kulturell die führende Macht in Italien. Das Machtvakuum nach dem Tode Lorenzos löst eine Krise in Italien aus, die zum Einschreiten des französischen Königs und des römisch-deutschen Kaisers führt. Und weiter geht's, aber bevor es weiter geht, noch einen Schluck Milch. Und heute im Übrigen zusätzlich dazu, dass es nur sechs Seiten sind. Wie ich gesehen habe, keine Rundbemerkung. Noch einmal 1492, Skandalpapst Alexander VI. Seinen kometenhaften Aufstieg in der kirchlichen Hierarchie verdankt Rodrigo de Borgia, einem nahen Verwandten, seinem Onkel Alonso, der von 1455 bis 1458 als Papst Kalixt III. amtierte. Obwohl der junge Borgia nach dem Studium des kanonischen Rechts noch nicht zum Priester geweiht ist, ernennt ihn sein päpstlicher Ohrheim im Februar 1456 zum Kardinal. Schon im folgenden Jahr ist er Vizekanzler der Kirche und wegen der damit verbundenen Pfründe einer der reichsten Männer Europas. Am 10. August 1492 gelangt Rodrigo de Borgia durch Stimmenkauf auf den päpstlichen Stuhl. Als Papst Alexander VI. begreift er das Papsttum vor allem als politische Institution. Der neue Pontifex ist ein skrupelloser Machtmensch, der ungeachtet seiner Kirchenwürden den Frauen stark zugetan ist und dies auch der Öffentlichkeit kaum verheimlicht. Dabei unterscheidet sich sein Lebenswandel nicht besonders von demjenigen anderer Kirchenfürsten seiner Zeit. Noch als 70-Jähriger hält er sich eine sehr junge Mätresse, die die Römer blasphemisch in Anführungszeichen Sponsa Christi, Anführungszeichen Ende, in Klammern Braut Christi, Klammer zu, nennen. Punkt. Es kursiert auch das Gerücht, der Papst habe mit seiner Tochter Lucrezia geschlafen. Alexander VI. wechselt nach Bedarf die Verbündeten, um seinen neuen Kindern, die er mit verschiedenen Mätressen hat, ein erbliches Reich zu verschaffen. Vor allem Lucrezia und Cesare erlangen Einfluss und Macht. Lästige Rivalen soll das grublose Pontifex mit Gift aus dem Weg geräumt haben. Den seine Gottlosigkeit anprangernden Dominikaner und Bußprediger Savo Naurola lässt er als Ketzer hinrichten. Der renommierte Theologie-Professor aus Florenz hatte der katholischen Kirche immer wieder Sittenverfall vorgeworfen. Ganz in der Tradition alttestamentlicher Propheten sah er in Visionen eine Strafe auf die Kirche zukommen. Am Dom in Florenz stellt er öffentlich den Papst an den Pranger. Der Papst agiert wie ein weltlicher Fürst, dehnt seine Territorialmacht aus und kann das Vordringen Spaniens und Frankreichs gegen den Kirchenstaat eindämmen. Nach der Entdeckung Amerikas vermittelt er im Streit zwischen Portugal und Spanien die im Vertrag von Tortesillas im Jahre 1494 festgelegte Demarkationslinie zur kolonialen Aufteilung der Welt verdient macht sich der Papst auch um die Mission Südamerikas, für die er gegen den Protest der spanischen Krone spanisches Kirchenvermögen besteuern lässt. Am 18. August 1503 stirbt Alexander VI. noch kurzer Krankheit in Rom. Sein Tod löst großen Jubel aus. Sogleich wird auch ein Giftanschlag vermutet. Ja, wie regierte dieser Borgia, dieser Alexander VI., nicht anders als heute diese ganzen Alexander VI., ob man Merkel nehmen, ob man Macron nehmen, ob man Sanchez nehmen, ob man Conte nehmen, ob man von der Leyen nehmen und zukünftig eventuell, vielleicht können wir es ja noch verhindern, wird es noch verhindert, ein Herr Biden, alles so kleine Leute, so kleine, kleine Größenwahnsinnige, die sich für das Heil der Menschheit halten, allen anderen vorschreiben wollen, wie sie zu leben haben und wer davon abweicht, der wird als Ketzerart bezeichnet, wie dieser Gelehrte, dieser Dominikaner. Ja, 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 genau dieselbe Herrscherart, wie damals in den finstersten Zeiten des Mittelalters, die wir gerade erleben und wir müssen dafür sorgen, dass diese Brut von der Welt verschwindet, dass hier wieder Normalität einkehrt und wieder rechtschaffende Leute die Welt regieren und nicht kleine Psychopathen, Größenwahnsinniges, grubelose Verbrecher. Ja, hier haben wir noch ein Bild dazu. Papst Alexander VI., in Klammern eigentlich Rodrigo de Borgia, in Klammer zu, im Gebet, in Klammern nach einem Fresco von Pinturicchio in den Appartimenti Borgia, 1492 bis 1494. Ja, beten können die alle, diese Unschuld, diese Betroffenheitsmine, wenn wieder mal Leute durch ihre Schuld bei Terroranschlägen umgekommen sind und so weiter. Ja, das haben sie fest eingeübt. Ja, aber man kann ihnen, wenn man genau in die Gesichter reinschaut, kann man immer öfter merken, dass sie sich da immer öfter die Blöße geben und sich zeigt, dass sie sich selbst das nicht mehr für nötig halten. Weiter geht's, dieses Schauspielern. 1492. Erstes Modell der Erdkugel. Der Nürnberger Kaufmann und Geograf Martin Beheim fertigt in seiner Heimatstadt den ersten realistischen Erdglobus. Der Kosmograf, der seit langem in den Diensten von König Johann II. von Portugal steht, erschafft am Vorabend der Entdeckung der neuen Welt durch Christoph Kolumbus in Klammern 12. Oktober, Klammer zu, mit seinem in Anführungszeichen Erdapfel, Anführungszeichen Ende, zugleich den ältesten bis heute erhaltenen Globus. Die Idee, ein kugelförmiges Erdmodell herzustellen, ist alt. Sie stammt aus Griechenland, wo bereits 159 v. Chr. der Stoiker Krates von Malos einen Erdglobus entwarf, der jedoch hinsichtlich der geografischen Details in keiner Weise der Realität entsprach. Krates zeichnete lediglich vier halbkreisförmige durch einen meridionalen und einen äquatorialen Gürtel-Ozean getrennte Kontinente ein. Das Bild dieses in Pergamon aufgestellten Globus wurde in der byzantinischen Zeit zum Symbol des Anspruchs auf Weltherrschaft. Beheim versucht, die ihm bekannten Weltteile korrekt wiederzugeben, was ihm insoweit gelingt, als von den erforschten Gebieten, in Klammern, das sind Europa sowie große Teile Asiens und Afrikas, in Klammer zu, geografische Koordinaten vorliegen. Die Kenntnisse hatte Beheim sich in Lissabon angeeignet, wo er lange Zeit als Kartograf wirkte und auch an Expeditionen teilnahm. Aus Gründen der Geheimhaltung durfte er nicht alle Daten veröffentlichen. Dies ist der Grund für einige ungenaue Details auf seinem Globus. Und da haben wir noch ein Bild dazu. Der in Anführungszeichen Erdapfel, Anführungszeichen Ende genannte Globus des deutschen Kosmografen Martin Beheim. In Klammer Nürnberg 1490 bis 1492, Klammer zu. Ja, hätte noch ein bisschen gewartet, dann hätte er noch die andere Seite mit Südamerika bestücken können und Nordamerika und Mittelamerika. Da haben wir es alle. Ja, Astrolian fehlt wahrscheinlich auch noch drauf. Ja, aber immerhin, ne? Lamsang setzte sich das Wissen durch, trotz solcher Päpste wie Alexander VI. Und genauso wird es auch jetzt wieder sein, Frau Merkel und ihr werdet nicht als die Großen in die Geschichte eingehen, als die übelste Ganovenbande, die jemals die Welt regiert hat. Weiter geht's. 2. Januar 1492. Letztes Bollwerk der Maurenfeld. Mit der Einnahme der andalusischen Festung Granada durch die vereinigten spanischen Streitkräfte verlieren die Araber ihre letzte Bastion auf der iberischen Halbinsel. Nahezu 800 Jahre lang, seit sie über die Straße von Gibraltar von Nordafrika her eingedrungen waren, hatten die muslimischen Eroberer Spanien kulturell geprägt. In langen Jahrhunderten waren sie im Zuge der Rekonquista von den Christen Stück für Stück zurückgeworfen worden. Doch erst die durch die Eheschließung Ferdinands von Aragon mit Isabella von Kastilien. 1469 erfolgte Vereinigung der mächtigsten spanischen Teilreiche ermöglichte den symbolträchtigen endgültigen Sieg der Christen über die islamischen Mauren. Ja, und da haben wir noch ein Bild dazu. Einzug der katholischen Könige in Granada. In Klammern Holzrelief von Philippe Bigarni, 16. Jahrhundert, Klammer zu. Und damit war Spanien wieder voll in europäischer Hand. Die letzte muslimische Hochburg war gefallen. Und nun haben wir in der letzten Artikel, da dachte ich, Mensch, die mit der Überschrift hat es schon über denselben, stimmt das sogar, war genau dieselbe Überschrift, aber ich gehe davon aus, dass der Inhalt ein bisschen anders ist. Und zwar nochmal, März 1492, Inquisition wütet in Spanien. Nach dem Fall der letzten maurischen Festung setzen die Könige Ferdinand von Aragon und Isabella von Kastilien den Juden eine Frist von vier Monaten, ihren Besitz zu liquidieren und das Land zu verlassen oder sich taufen zu lassen. 1499 und 1501 werden die Muslime vor die gleiche Alternative gestellt. Ein nahezu endloser Strom von Vertriebenen ergießt sich zunächst nach Portugal, dann in die Niederlande, nach England, nach Süd- und Südosteuropa und Nordafrika. Die spanische Inquisition wird zur Schreckensherrschaft und verfolgt besonders die in Anführungszeichen Konversos, Anführungszeichen Ende, konvertierte Juden, die insgeheim ihrem Glauben treu bleiben. Der Papst bestätigte die Ernennung des Dominikaners Thomas de Torquemada, des Weichtvaters und Beraters der beiden Könige zum Generalinquisitor in Spanien, den in Anführungszeichen Neuchristen, Anführungszeichen Ende, wird vorgeworfen, ihre Kinder zu beschneiden und zum Unterricht in die Synagoge zu schicken, den Sabbat und die jüdische Reinheits- und Speisegebote zu beachten. Die Reinheitsgebote, das was sie immer anderen vorwerfen, Blut, reines Blut und so, ist ihre eigene Religion. Ist ihre eigene Religion. Und das ist bis heute so. Vor allem bei den ganz fundamentalistischen, die ja auch in Berlin wieder angesiedelt werden. Das sind so die wie diesen Trottelhaaren und diese komischen Hüte da auf. Um die Ernsthaftigkeit ihrer Bekehrung zu prüfen, werden sie gezwungen, ihre Speisen mit Schweinefett statt Olivenöl zuzubereiten und Schweinefleisch zu essen. Der Volksmund nennt die in Anführungszeichen Conversos, Anführungszeichen Ende, bald in Anführungszeichen Maranen, Anführungszeichen Ende, abgeleitet vom altkastilischen in Anführungszeichen Marano, Anführungszeichen Ende, Schwein. Zwischen 1481 und 1525 gibt es mehr als 5000 vollstreckte Todesurteile und tausendfache Verurteilungen Abwesender. Ja und warum war das wahrscheinlich auch so, diese Geschichte mit Juden? Weil Werder, wer in den ganzen Geschichtsvideos gesehen hat, er weiß ja, wo es um die Zeit ging, als die Araber die halb, die iberische Halbinsel erobert haben, waren es die Juden, die das begrüßten und die ihn praktisch mit die Türen öffneten, weil sie die bösen Westgoten loswerden wollten, sich von denen so verfolgt und benachteiligt gefühlt haben. Oh, da ist jetzt eine neue Religion und Allah und die Muslime, die lassen wir jetzt rein, sind wir die Westgoten los und das Ende vom Lied war, dass sich dann komischerweise wieder zu den Westgoten im Norden Spaniens geflüchtet haben, weil dann die neue Religion doch nicht so gut war. Genau dieselben Sachen erleben wir heute wieder, weil wer ist immer diejenigen, sind immer diejenigen, die als Erste von Nazis, von Rechtsextremen und sonst was schreien, wenn jemand sich gegen diese Massenmigration wird, es ist der Zentralrat, es ist der Zentralrat und es ist eine Tatsache, das ist keine Verschwörungstheorie oder Antisemitismus, es ist einfach eine Tatsache. Wir können hingucken, egal wo das ist, ist da irgendjemand, der sich deutlich gegen diese Zuwanderung gewendet hat, ist der Zentralrat, der Juden, der Erste, der wieder schreit und sagt, derjenige oder diejenige muss weg, ist er rechtsextremer, also Neonazis und so weiter. Aber selber haben sie selber diese Reinheitsgebote, sollte man sich mal genau damit beschäftigen. Das, was sie anderen vorwerfen, tun sie selber schon seit Jahrtausenden ganz explizit und ganz extrem selber pflegen. Wenn andere dasselbe von ihrer Nation pflegen wollen, dann ist es Rassismus, dann sind es Nazis, wenn sie es selber tun und man spricht es an, dann ist man Antisemit. Wunderbar. Ja, und nochmal letztes, heute noch ein Bild, Blick in den Löwenhof der Alhambra von Granada in Klammernpalast im maurischen Mudejar-Stil aus dem 14. Jahrhundert, Klammer zu. Ja, das nützen die schönsten Bauwerke, wenn man da als sogenannter Ungläubiger, als Sklave praktisch leben muss. Und nur so an der Oberfläche sah alles so schön multikulturell aus und wenn man dann aber seine eigene Meinung zu sehr vertreten wollte als Ungläubiger, dann wurde gleich gezeigt, wie weit die Toleranz des Islam ging. Ja, das ist halt alles wie heute. Ja, und dann geht es dann morgen weiter mit den Biografien. Wir sind erst mal soweit durch mit dem Band Die große Chronik Weltgeschichte Blüte und Herbst des Mittelalters 1204 bis 1402. Ich zeige es nochmal rein. Schon mal so zum Abschluss oder wir haben noch ein bisschen Zeit. Und ja, nach den drei Biografien, nach den drei Dinger, ich lese mal vor, was es dann geht, in den Kurzbiografien werden die grundlegenden Lebensdaten und die Bedeutung derjenigen Persönlichkeiten dieses Bandes, den ich gerade gezeigt habe, nachgezeichnet, die den Verlauf der Geschichte wesentlich beeinflusst haben. Das sind dann so drei Videos, die dann auch etwas länger werden, weil dort halt keine Bilder sind, die sind am Rand eingefügt, alles so kleine Porträtbilder teilweise, aber das ist halt alles voll mit Text, trotz dass es dann nur jeden Tag so sechs und ein Drittel Seite sein werden, die ich da schon machen werde, aber trotzdem wird es minutenmäßig länger werden. Aber wir haben immer doch festgestellt, es ist immer ganz interessant, nochmal in Form dieser Biografien dieses Zeit, die zuletzt behandelt worden ist, Revue passieren zu lassen. Manchmal stehen sogar noch Sachen drin, die vorher im Buch noch gar nicht erwähnt waren, in diesen Kurzbiografien. Ja und dann, wenn ich mal zähle, heute ist Dienstag, wenn nichts dazwischen kommt, alles normal läuft, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, ab Wochenende geht es dann mit Band 10 weiter. Gut, dann hoffe ich doch, dass das ein oder andere wieder dabei war, euer Wissen wieder etwas erweitert worden ist, beziehungsweise altes Wissen wieder aufgefrischt wurde und vor allen Dingen, dass es wieder ein paar Anregungen zum Nachdenken, über historische Personen und Ereignisse der Geschichte gab, die man ja auch mal anders beleuchten kann, beziehungsweise halt auch mal drüber nachdenken kann, ist wirklich alles so zu bewerten, wie man das uns heute beibringen will, über diese Zeit oder könnte es vielleicht auch anders gewesen sein, beziehungsweise, was ich immer versuche, auch die Sachen nicht aus dem Kontext zu reißen, sondern aus der Sicht der damaligen Menschen irgendwie so ein bisschen zu betrachten und vieles, was uns da heute als böse und schlecht dargestellt wird, damals halt nicht böse und schlecht war, sondern die Normalität und beziehungsweise aber auch Gründe hatte, die man uns meistens verschweigt, sondern nur die Ergebnisse uns zeigt, wenn sie eine gewisse Gruppe sich wieder als armes, verfolgtes Volk darstellen will, weil die zeigen immer nur das Ergebnis von dessen, was vorher alles gelaufen ist, davon wird nicht berichtet, zumindest kaum und das ist aber auch wichtig, um zu verstehen, warum, was, wie, wo passiert ist. Ja gut, das soll es gewesen sein, ich hoffe, das Video hat euch heute wieder gefallen, wir sehen uns auch morgen wieder, sowohl bei VK.com als auch bei YouTube und Facebook und damit verbleibe ich wie immer mit, haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch und gesund, ciao, ciao, euer Egon.